Vitturio Alfieri ist ein in Deutschland lebender Film- und Theaterschauspieler sowie Sprecher italienischer Herkunft. Bekannt ist er für seine Nebenrolle in der deutschen Fernsehserie Wilsberg – Leben und Wirken. Vitturio Alfieri begann seine Karriere unter dem Regisseur Leo Torca von Die beim Düsseldorfer Avantgarde-Theater Hansa-Palast. Nachdem er 1993 den Förderpreis für darstellende Kunst der Stadt Düsseldorf erhielt, folgten diverse Engagements in Oberhausen, Karlsruhe, Innsbruck, Wien und Italien. Als Schauspieler ist er vor allem für seine Rolle als Grabowski in der Fernsehserie Wilsberg bekannt. Weitere Bekanntheit erlangte er unter anderem in den Filmen Beyond the Sea – Musik war sein Leben und Offroad sowie durch kleinere Auftritte in verschiedenen deutschen Fernsehserien. Als Sprecher wirkt er hauptsächlich für Hörspiele und Produktionen des WDR, OF und REI mit. Alfieri lebt heute in Köln. Werke, Film 1995, Philosophy Clip 1996, Alles nur Tarnung, 2001, Gott ist tot, 2002, Kevin Berry, 2003, Beyond the Sea – Musik war sein Leben, 2008, Ende einer Karriere, 2010, Offroad, 2013, Alles renkt sich wieder ein, Fernsehen 1995, Der Fahnder, 1995, Die Wache, 1998, Balco, 1998, SK Babys, 1998, Lindenstraße, 1999, Die Straßen von Berlin, Ich hab noch einen Koffer in Berlin, 2000, Drehkreuz Airport, 2001, Nesthocker Familie zu verschenken, 2001, Tatort eine unscheinbare Frau, 2002, Die Kemper, 2002, Wilde Engel, 2002, Soko Köln, 2003, Brotti und Pacek Irgendwas ist immer, 2003, Der Ermittler, 2003, SK Kölsch, 2004, Die Rosenheim Cops, 2005, Die Leibwächterin, 2006, Alles was zählt, 2006, Ladyland, 2006, Luther Essen ist fertig, 2006 zu 2010, Kommissar Stohlberg, seit 2006, Wilsberg, 2008, Alarm für Cobra 11, Die Autobahnpolizei, 2008, Unter uns, 2010, Lindenstraße, 2012, Soko Köln, Theater 1984, Theater Oberhausen, 1984, Hansa Palast Düsseldorf, 1985, Gaia Sainza Berlin, 1985, Komikon Düsseldorf, 1986, Kompanier Mobile, 1987, Theater Lünn, 1988, Rheinisches Landestheater Neuss, 1989, Düsseldorf, 1993, Sezession Bochum, 1994, Sezession Bochum, 1996, Düsseldorf, 1996, Theater Innsbruck, 1997, A. Theater Köln, 1997, Karlsruhe, 1998, Josefstadt Wien, 1998, Theater Brixen, 1998, Theater Brixen, 1999 zu 2001, Kammerspiele Köln, 2003, Theaterhaus Köln, 2005, 2006, Lockstorf Stuttgart, 2009, Theaterhaus Köln, 2011, Schokoladenmuseum Köln, 2013, Stiftung Olbricht Berlin, Synchronsprecher 1999, Dragon Ball als Tenscheinhahn, 2000, Die Wache, 2007, Der dunkle Turm, Teil 1-7, Auszeichnungen, 2011, Brosse Medaille beim New York Film & Television Festival für Wildsberg, Oh, Du Tödliche, 1993, Förderpreis für darstellende Kunst der Stadt Düsseldorf, Körbricht Berlin,jść Haus Köln, 2009,gestureкdonorg,betats Dorf, 2012,